Hallo liebe Schüler, heute basteln wir einen Tannenbaum. Zwei Muster sind fertig und nun geht es weiter. Wir haben einmal oben hineingeschnittenen Tannenbaum und einmal unten. Und nun verbinden wir sie. Da, wo wir unten hineingeschnitten haben, heben wir hoch. Und in den anderen tun wir es rein. Und schon ist unser Tannenbaum fast schon fertig. Wir haben unseren Tannenbaum auf allen Seiten geklebt und nun können wir ihn verzieren. Und so liebe Schüler, ist unser Tannenbaum fertig. Man kann ihn aufhängen oder an Freunde und Verwandte verschenken. Fröhliche Weihnachten! Tschüss!